Wie steht es um mögliche Langzeitfolgen? Es gibt ein bisschen Verwirrung rund um diesen Begriff der Langzeitfolgen. Weil viele haben das Gefühl, das würde bedeuten, dass ich heute vielleicht eine Impfung bekomme und dann Monate oder Jahre später irgendwelche Probleme entwickle. Aber das ist eigentlich nicht, was man darunter versteht. Eine Sache, die man aus der Geschichte der Impfungen gelernt hat, ist, dass wenn Impfungen zu langanhaltenden Problemen führen, was glücklicherweise wahnsinnig selten vorkam, dass sich diese Probleme in aller Regel innerhalb der ersten zwei Monate zeigen. Und das ist auch der Grund, weshalb man beschlossen hat, die Covid-19-Impfungen mindestens zwei Monate zu testen, bevor man sie zulässt, weil sich historisch einfach gezeigt hat, dass wenn innerhalb dieser zwei Monate keine Probleme auftreten, die Wahrscheinlichkeit, dass danach noch welche dazukommen, wahnsinnig gering ist. Der Grund, warum man bei Impfungen der Vergangenheit in seltenen Fällen trotzdem Probleme beobachtet hat, war eigentlich nie, weil man das nicht lang genug getestet hätte, sondern weil diese Probleme immer noch so selten waren, dass ich tausende Menschen impfen konnte, ohne auf einen einzigen problematischen Fall zu stoßen. Ab einer Studiendauer von zwei Monaten ist die Länge der Versuche gar nicht mehr so bedeutsam, sondern vor allem die Größe der Versuchsgruppe. Und da sind die Covid-19-Impfungen mit bis zu 40.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern eigentlich außergewöhnlich gut aufgestellt.